Mama, Mama, liebe Freunde, ihr seid hier wieder auf Mama, Mama, liebe Freunde, indem ihr auf Mama, Mama, liebe Freunde, okay, ich hab meine Fresse. So, jetzt sind wir endlich auf dem Klo. Ah gut, dann spielen wir mit zu laufischen. Sind ich gut kaputt. So, auf dem Klo. Ich gehe als erstes. Jetzt, ich wollte wieder. Ich wollte eigentlich gar nicht werfen, aber außer sind grüne oder grüne AKK. Ja, grüne AKK. Ich kontrolliere es hier auch streng, ne? Ja, das. Ich kann nicht schießen, ne? Ja, bruh, was war das denn? Aber das ist eh nicht gut. Die Fertilzeisen mit Hilfe in Rohr. Alles klar. Hat er gar nicht. Doch. Das hat ein Scope, deswegen ist ein Schießeisen mit Zielfernrohr. No, front. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Schießeisen mit Zielfernrohr. If, du bleibst da, um mich zu kontrollieren. Äh, ne. Sebi bleibt da. Ich find die Waffe aber mega nahe ist. V, H, S, V, S, V, 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 H, S. V, A, D, A, S. Oh nein. Grüne MP. Das geht ja. Das geht ja noch. Was ist das denn? Hier, das ist eine. Ja, kannst du dir aussuchen zwischen den zwei Waffen. Schießeisen mit Zielfernrohr. Ey, das andere ist auch ein Schießeisen mit Zielfernrohr. Ja, aber das ist das Allerechte. Das Allerechte. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schießeisen ohne Zielfernrohr. Ich bin noch dran. Hä? Er hat nie voll wieder Bief. Verpiss dich. Aber wir nehmen hier ein Aktis und wird das Video auf. Komm, bitte. Ich brauche eine Pump. Ja, das ist die Pump, oder? Ja. Nein. Nice. Jetzt habe ich erstmal die Basic-Waffen. Nein, erstmal die Basics. Der ist schon die Basics. Oh, da ist die grüne Tommi. Ach nee. Das ist die, die grüne Tommi. Dein Auto eben. Hey, Jojo, du kannst das reden, auch wenn wir aufnehmen, du mehm. Ach, ja, ja, ja. Oh, jawoll. Oh mein Gott. Schießeisen ohne Zielfernrohr. Ich mache jetzt noch und dann habe ich alles. Ich habe jetzt Double-Schießeisen ohne Zielfernrohr. Ja, Mann. Was will ich treffen? Was will ich treffen? Oh, ich weiß, was ich treffen will. Nein, ich wollte Rocket Launcher treffen. Das ist definitiv vorbei. Ja, es gibt einen grauen Rocket Launcher, mehr gibt es nicht. Ja, ja, okay. Ohne, ohne. Ich sehe, wie sollte ich mir was zeigen, schon mal hinter der Map. Schau mal hier. Schau mal hier. Ja, ein guter Slap, äh, ja. Ey. Nein, ich hör auf. Hör auf, du auflauf. Ich hoffe, der Papen. Ja, schön. Wie, was geht ihr? Wer ist es? Wir haben vor den Mörder gespielt, deswegen haben wir am meisten. Digga, was ist das? Das ist die falsche WG. Junge. Wer kann es dir auch nicht? Schnellfeuer, Schießeisen ohne Zielfernrohr. Äh. Jetzt, Eve. Komm, her. Ich kann nicht hier. Jojo, wir fighten, noch schneller können wir eine Runde mit dir machen Blahachen. Eve, muss ich hier hier. Geh da raus. Ja. jetzt kannst du machen macht doch macht doch jetzt schnell feuer schieß eisen und reisen mit sie lief die arena 4 ich bin so wahrscheinlich warte ich habe mal das löpfische 3 markieren das kann man kann die nicht schießen dann respawn noch dreimal einfach gespawnt dreimal okay gut ich gehe rein oder was wird das denn hey es ist doch ding warum warum zockst du die war so viel gläser von mir zu sehen mit dem schieß eisen mit sie gläser von mir die marken wort ist dies ich habe die so krass image mit meinem schieß eisen gläser von mir bruder du längst ja andersrum aber ich fahre eben auch anders digga nein jungen digga digga sie wie du hast ja anders am rumlegen aufnahme digga ich finde die neue season und sebi offen scheiße ich auch weil ich nicht mehr auch den bettel ich finde den high die haie für mich lustig muss ich sagen kann man hier sein eigenes zeug meditieren oder was natürlich die ganze gerne los ich habe auch mit abstand die besten machen ich glaube ich würde dann ja gut ja super sie wie zu sehen ist aggressiv rein lang neben und ja moin sie wie baut mich halt aus damit lieben ich spamm halt die ganze zeit nur mit tag das neue tanzsystem ist so eine scheiße alter das ist das ist so ich spiel jetzt noch mal eine runde mit woche flöte weil die ging nicht viel zu schnell jeder weichheit gold hinter das backpack was ich habe wir nehmen wir nehmen granaten mit granaten ist ultra schwer ich fang an damit ihr euch in eine granate zur not rein stellen könnt um zu schauen wo die lande wir müssen hier weg da also ich fange an genau landet weil mit granaten ist echt ich bleibe jetzt hier ist die kacke digger hast du auch granaten hingepackt alter also ehrlich jetzt die war auf gar nix digger wie tf damit kann man nicht mehr erkennen hier kann man nicht hier kann man nicht schießen so eine kacke ich kann saufis reinwerfen wir müssen schauen was ich wirft ich kann auch scheliten Bro Eve Was hat Eve? Nichts Ich hab' auch was mit so einer kacke geschaffen Ey Eve ganz ehrlich Digga Eve wie du wirst du das auf uns granaten digga äh John Wickie Oh jetzt hat ich kann markieren und tanzen gleichzeitig wenn ich zwei verschiedene tatschen drückt ey bei mir ist es nicht so ja bei dir ist es auch derselben tats ich weiß sau dumm aber das ist nicht dein ernst du kommst nicht mehr zurück du kommst nicht mehr zurück ja warum gehst du da überhaupt rein ja ich dachte das wäre das richtige portal hey du hast doch voll ja super toll digga was ist das super aufnahmeende digga abonniert mich ihr scheiß kein nix äh lob